Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. In diesem Video möchte ich Ihnen etwas erklären, was viele EDIUS-Anwender regelmäßig irritiert. Es geht unter anderem darum, wie sie mehr Echtzeit erreichen bei der Wiedergabe ihrer Videoclips. Ich habe dazu hier auf der Timeline einen Clip liegen, den ich sehr schnell aus Vorlagen erstellt habe und zwar aus dem New Blue Amplify Paket, das es ja auch für EDIUS gibt. Hier ist schon der Titel Pro 4 enthalten. Das heißt, das was Sie gerade sehen, diese Weltkugel und den Titel, den habe ich durch Vorlagen erstellt innerhalb von wenigen Sekunden. Ich spiele das einmal ab, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Achten Sie bitte auch mal darauf, wie hier unten ein Zahlenwert angegeben wird. Als Spezialist für Bewegtbild bietet die Filmpraxis Produkte und Service rund um die digitale Videobearbeitung. Da wir mit unseren Lösungen... Sie sehen, das Ganze wird hier wunderbaren Echtzeit wiedergegeben. Und bei den Werten ist Ihnen jetzt vielleicht aufgefallen, dass hier der Wert 300 hintendran gestanden hat. Das ist die mögliche Anzahl der Bilder, die mir EDIUS im Speicher vorberechnen kann, damit ich alle Effekte in Echtzeit sehe. Der erste Wert vor dem Strich gibt an, welche Echtzeit ich gerade von meinem Computer erwarten kann. Ich spiele es noch einmal ab. Und jetzt sehen Sie hier, der geht schon auf 300 hoch. Das heißt, der Computer hat überhaupt keine Probleme hier, den Titel in Echtzeit hier abzuspielen. Grundsätzlich kann man sagen, umso höher der Wert ist, umso mehr Echtzeit werden Sie haben. Und jetzt kommt es oft zu der Irritation, nämlich immer dann, wenn Sie den Audio Mixer aufmachen, um beispielsweise den Ton zu justieren. Ich öffne den Audio Mixer über dieses kleine Symbol hier. Und jetzt achten Sie bitte bei der Wiedergabe noch einmal hier unten auf den Wert. Als Spezialist für Bewegtbild bietet die Filmpraxis Produkt und Service rundum... Der steht jetzt auf 300. Das ist aber nicht immer der Wert, den Sie sehen werden. Denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass dort die Zahl auf 5 reduziert wird. Und genau darum soll es jetzt gehen. Denn sobald ich eine Änderung mache auf meinem Clip oder auf der Spur, wird die Wiedergabe auf 5 reduziert. Ich simuliere das jetzt mal, indem ich hier den Masterausgang von Aus auf Master stelle. Es gibt keine Veränderung, denn ich habe den Regler hier nirgends justiert. Und jetzt spiele ich das Ganze nochmal ab. Da wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren, können wir Ihre Fragen leidenschaftlich beantworten. Und wie Sie jetzt gesehen haben, wurde der Wert hier auf 5 reduziert. Das heißt, jetzt habe ich deutlich weniger Möglichkeiten, meine Videoclips in Echtzeit wiederzugeben. Und das Ganze hat natürlich auch einen logischen Hintergrund. Ich möchte jetzt mal bei der Wiedergabe die Lautstärke verändern von meinem Audio Signal. Das mache ich einfach über die Umschalttaste und meiner gedrückten linken Maustaste. Ich gebe den Clip mal wieder. Wenn wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren, können wir Ihre Fragen leidenschaftlich beantworten. Beratung und Hilfe. Da habe ich jetzt etwas falsch geklickt. Ich lösche den hier nochmal. Sag alles initialisieren bzw. alles löschen. Und wir verkaufen nur, was wir auch kennen. Jetzt haben Sie gehört, dass die Lautstärke automatisch anhand der von mir geregelten orangefarbenen Spur lauter und leise wird. Und das ist ja auch genau das, was ich erwartet habe. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was passiert, wenn ich diese Master-Einstellung wieder auf Ausschalte. Das heißt, hier unten bekomme ich jetzt gleich wieder den Wert von 300 angezeigt. Ich starte das kurz mal. Bild bietet die Filmpraxis Produkt. Die 300 steht direkt in Relation zu meinem Audio Regler hier. Wenn hier aussteht oder auch die Spur oder ein Clip nicht bearbeitet worden ist, dann bekomme ich wieder die volle Echtzeit zur Verfügung gestellt. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt versuche ich das gleiche mal zu machen, nämlich auch meinen Ton laut und leise zu machen bei der Wiedergabe. Die Spezialist für Bewegtbild bietet die Filmpraxis Produkt und Service rund um die digitale Videobearbeitung. Da wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren und jetzt fällt Ihnen bestimmt auf, dass es keine Veränderung gab. Und das liegt daran, dass ich jetzt hier einen größeren Speicher habe, nämlich den Wert 300, um hier mehr Echtzeit zu bekommen. Dies bedeutet jetzt aber, in Bezug auf mein Audiosignal, dass ich die Veränderung erst hören werde, wenn der Speicher berechnet worden ist. Das kann ich auch mal simulieren. Ich lasse den kompletten Clip mal laufen. Als Spezialist für Bewegtbild bietet die Filmpraxis Produkt und Service rund um die digitale Videobearbeitung. Da wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren, können wir Ihre Fragen leidenschaftlich beantworten. Beratung und Hilfe gibt es bei uns kostenfrei. Jetzt haben Sie es vielleicht gehört, in dem Moment ist es jetzt leiser geworden. Das heißt, der Speicher wurde erstmal vorberechnet und erst wenn der Speicher voll ist, dann kommt diese Veränderung. Und genau das ist der Grund, warum EDIUS normalerweise auf diesen Wert 5 reduziert, wenn Sie den Audio-Mixer geöffnet haben. Denn dann kann ich zum Beispiel das Audiosignal sofort in Echtzeit regulieren. Ich zeige Ihnen das mal zum Vergleich. Ich stelle hier wieder den Masterausgang auf Master. Ich starte meinen Film als Spezialist für Bewegtbild. Produkt und Service rund um die digitale Videobearbeitung. Da wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren und kann jetzt eben direkt justieren. Jetzt könnten Sie natürlich auf die Idee kommen, naja gut, dann lasse ich doch immer den Wert 5 eingestellt, denn dann kann ich ja mein Audiosignal direkt regeln. Wenig sinnvoll ist es aber, wenn Sie parallel auch noch Effekte auf Ihrem Videoclip liegen haben, die zusätzlich Puffer benötigen, damit Sie mehr Echtzeit in der Wiedergabe erreichen. Ich habe jetzt hier auf meinem Clip noch verschiedene Audiofilter draufliegen und Videofilter, denn ich möchte, dass das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. Ich aktiviere das mal. Jetzt sehen Sie, dass hier so ein Lensflare-Effekt reingekommen ist, also solche Blenden-Effekte. Diese wurden jetzt mit Hitfilm justiert, auch das durch eine Vorlage. Das heißt, ich habe hier nichts weiteres eingestellt. Und jetzt spiele ich den Clip noch einmal ab. Achten Sie wieder darauf, er hat hier auf 5 reduziert, weil ich stehe hier Masterausgang, hier weiterhin auf Master. Bietet die Filmpraxis Produkt und Service rund um die digitale Videobearbeitung. Und jetzt kann es eben passieren, dass ich auf langsamen Systemen sehr schnell an die Grenze komme des Computers und dann fängt es hier oben an zu ruckeln. Das heißt, dann verliere ich meine Echtzeit im visuellen Ergebnis. Und dann macht es natürlich Sinn, dass ich das Ganze hier wieder deaktiviere oder aber alternativ den Audio-Mixer ausschalte. Denn jetzt habe ich wieder 300 Einzelbilder zur Verfügung, die erstmal im Speicher vorbereitet werden. Das heißt, ich werde viel mehr Echtzeit bekommen. Ich habe es eben schon erwähnt. Die Alternative ist natürlich hier den Audio-Mixer einfach zu schließen. Denn wenn dieser zu ist, dann haben Sie automatisch hier wieder den Wert 300. Ich zeige Ihnen das nochmal im Vergleich. Ich schalte den Masterausgang auf Master. Jetzt habe ich 5. Wenn ich den Audio-Mixer schließe, habe ich automatisch wieder meine volle Kapazität zur Verfügung. Da wir mit unseren Lösungen selbst Filme produzieren, können wir Ihre Fragen leidenschaftlich beantworten. Beratung und Hilfe gibt es bei uns kostenfrei. Jetzt könnte ich noch einige Schritte weiter gehen, denn ich habe hier noch einen zweiten Hitfilm-Effekt draufliegen bzw. einen Filter aus dem Sortiment, damit ich nur mit einem Mausklick jetzt so einen Kino-Effekt erhalte. Auch das ist sehr schön. Es ist die List für Bewegtbild. Und jetzt merken Sie, dass hier EDIUS anfängt zu ruckeln. Das heißt, jetzt bin ich auch mit dem Wert 300 an die Grenze gekommen durch diesen neuen Effekt. Und jetzt hätte ich verschiedene Strategien, wie ich noch mehr Echtzeit in meinem EDIUS erreichen würde. Ich könnte zum Beispiel einen Video-Mixdown machen oder ich könnte die Auflösung hier in der 8 Workgroup einfach nach unten stellen. Das heißt, jetzt könnte ich meinen Film auch angucken in einer reduzierten Auflösung, ohne dass es hier irgendwie zum ruckeln kommt. Aber auch in der EDIUS 8 Pro Version gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie mehr Echtzeit erreichen. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, dann empfehle ich Ihnen unseren Lernkurs zu diesem Thema Mehr Echtzeit in EDIUS. Diesen gibt es auch kombiniert auf einer Doppel-DVD mit dem Thema EDIUS und UHD bzw. 4K. Das Ganze finden Sie auf unserer Webseite. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann schreiben Sie mir oder meinem Team. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Be brag an Sie! Vielen Dank!